Musik Scholl, Sophia Magdalena aus Ulm. Geboren am 9.05.1921 in Forstenberg. Evangelisch. Ausbildung als Kinderschwester abgeschlossen? Ja. Studentin der Biologie und Philosophie. Seit Sommersemester 42? Vorbestraft? Nein. Sie haben gegenüber dem Hausmeister zugegeben, dass Sie diese Flugblätter hier von der Balustrade geworfen haben. Die lagen auf dem Marmorgeländer herum. Und ich habe ihnen im Vorbeigehen einen Stoß versetzt. Warum? Solche Späße liegen in meiner Natur. Ich habe es auch gleich zugegeben. Haben Sie gesehen, wer die Flugblätter auf die Balustrade gelegt hat? Nein. Ich sehe ein, dass ich mit dem Herunterstoßen eine große Dummheit gemacht habe. Ich bereue das. Ich kann es aber nicht ändern. Fräulein Scholl, die Flugblätter, die Sie von der Balustrade geworfen haben, fallen unter die Kriegssonderstrafrechtsverordnung. Wollen Sie nachlesen, was unter Hochverrat und Feindbegünstigung steht? Gefängnis, Zuchthaus oder Todesstrafe? Ich habe damit nichts zu tun. Wollen Sie nachlesen, was unter Hochverrat und Feindbegünstigung steht? Vielen Dank.